Hallo, mein Name ist Gerd Lemmen und ich bewirtschafte hier in der Bürde einen klassischen Marktfruchtbetrieb. Der Standort des Betriebes hier liegt so ungefähr 25 Kilometer westlich von Magdeburg, genau zwischen Wandslemen und Oscherslemen. Zurzeit bewirtschaften wir hier 700 Hektar, wobei schwerpunktmäßig das Getreide im Vordergrund steht, gefolgt vom Rapsanbau und Zuckerrüben, Mais und Kartoffeln. Also begrenzend hier bei uns in der Bürde ist nicht der gute Boden, sondern sind die fehlenden Niederschläge, weil wir im Regenschatten des Harzes liegen. Ertraglich lassen sich hier trotz der Trockenheit gute Werte realisieren. 4-5 Tonnen Raps, gefolgt von 10 Tonnen im Getreide, ist keine Seltenheit. Begrenzend ist wirklich nur das Wasser. Der Raps, der wurde hier am 27. August gedrillt. Vorher lief hier eine organische Düngung mit Gärresten, 6 Tonnen pro Hektar. Danach ist keine weitere Düngung mehr erfolgt. Wenn wir uns jetzt hier die Pflanzen angucken, ist es jetzt nicht zwingend erforderlich, heute und morgen loszufahren. Die sind recht gut entwickelt, die Bestände, und wir können dann doch schon warten, bis die Böden auch befahrbar sind. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht in den letzten Jahren, zweimal im Jahr zu düngen. Mit der ersten Düngung versuchen wir, den Schwefelgehalt sicherzustellen, die Schwefelgabe, und damit gut zur Versorgung und dass er in Lösung geht. Um auf unseren N-Soll-Wert von 160 N zu kommen, nehmen wir meistens nach dem ASS einen Calgamon oder einen AHL-Dünger. Da sind wir nochmal flexibel in der Anwendung. Mein Name ist Stefan Deicke. Ich bin Acker- und Pflanzenbauberater bei der Landberatung. Wir haben beim Rapsanbau im mitteldeutschen Trockengebiet mehrere Hürden zu überspringen. Das ist natürlich einmal, was für alle gilt, die Düngeverordnung und die Einschränkungen, die damit einhergehen. Und bei uns natürlich die Trockenheit in vielerlei Hinsicht. Einmal im Hinblick auf die Bestandsetablierung. Das hat dieses Jahr hier sehr, sehr gut geklappt in diesem Bestand. Aber auch natürlich im Hinblick auf die Ertragsstabilität und auch die Sicherheit und die Wirkung der Düngermengen, die wir einzusetzen haben. Ein sehr gut entwickelter Rapszustand mit einer augenscheinlich guten Vorwinterentwicklung. Die weiterhin intakten Blätter zeigen geringen Krankheitsbefall, sodass wir hier im Hinblick auf die Düngung eigentlich relativ flexibel reagieren können. Für einen erfolgreichen Rapsanbau im Trockengebiet gibt es mehrere eigentlich relativ einfache Rezepte. Die rechtzeitige und wirksame Stickstoffdüngung unterstützt natürlich über eine ausreichend hohe und frühzeitig platzierte Schwefeldüngung. Das ist, denke ich, in vielen Betrieben auch Standard. Was natürlich im Hinblick auf die Vorwinterentwicklung wesentlich ist, ist eine Grundnährstoffversorgung. Einmal über die Bodenversorgung und dann flankierend über die Wirtschaftsdüngerausbringung. Phosphat ist ein ganz, ganz wesentliches Thema in den Marktbruchbetrieben hier mit relativ hohen Erträgen. Das wurde frisch zur Verfügung gestellt. Kalium, Magnesium, Schwefel kommt nochmal jetzt im Frühjahr flankierend dazu, auch rechtzeitig, um das zu unterstützen. Und dann sind eigentlich die Weichen für eine gute Bestandsentwicklung, für einen guten Start in die Saison hier gestellt. Diese Maßnahmen sind auch sehr wesentlich, um auch eine effiziente Verwertung des immer knapper werdenden Faktors Stickstoff aus- oder hinzubekommen. Wir haben hier irgendwo 150, 160 Kilogramm Stickstoff zur Verfügung. Das ist natürlich in so einem gut bis üppig entwickelten Rapsbestand, der sehr vitale Einzelpflanzen hat, ist das ausreichend. In den letzten Jahren hatten wir da so ein bisschen eingeschränkte Flexibilität, weil wir doch eher schwächere Bestände hatten, die wir vielleicht über eine erhöhte Startgabe und erhöhte Andüngung noch ein bisschen anschieben wollten. Im Hinblick auf die Düngung in den roten Gebieten sind sehr, sehr viele Fragezeichen, auch im Rapsanbau, da. Denn hier haben wir nochmal zu der bestehenden Reglementierung nochmal einen Unterdüngungsbedarf von 20 Prozent, sodass wir hier im Mittel irgendwo manchmal nur auf 120, 130 Kilogramm Stickstoff kommen, die wir düngen dürfen. Und da ist schon ein sehr großes Fragezeichen beim Rapsanbau in den roten Gebieten da. Dann ist natürlich höchste Sorgfalt gefragt bei der Bestandsetablierung, bei der Bestandsführung, bei der flankierenden Düngung, damit wir mit diesem knappen Angebot auch irgendwo noch moderate bzw. halbwegs erträgliche Ergebnisse dann einfahren können. Wir haben jetzt hier mal zwei unterschiedliche Konstellationen. Zu meiner Rechten einen etwas später gesäten, etwas weniger kräftig entwickelten Bestand, den man natürlich dann entsprechend im Frühjahr auch rechtzeitig und ausreichend hoch andüngen müsste, währenddessen hier ein sehr üppig entwickelter Rapsbestand zu finden ist, wo man natürlich sagt, okay, hier sind wir von der Pflanzenzahl und von der Einzelpflanzenentwicklung so ausgestellt, dass wir hier eine gewisse Flexibilität bei der Düngungsmenge, aber auch beim Düngungszeitpunkt haben. Von wesentlicher Bedeutung für die Einschätzung und letztendlich dann auch die Applikation des teilflächenspezifischen Stickstoffdüngebedarfs sind natürlich mehrere Faktoren. Einer ist die Vorwinterentwicklung, die wir zum Beispiel auch sehr, sehr gut über die Frischmasse-Methode oder über verschiedene Crop-Scanner zum Beispiel oder auch durch Pflanzen-Apps dann bestimmen können. Ein anderer Aspekt ist natürlich der N-Min-Wert, der vielerlei Einflussfaktoren hat, natürlich die Bodenart, Bodentemperatur, Mineralisierung, aber auch die Aufnahme des Bestandes vor Winter bzw. über den Winter. Und da kann ich nur anraten, dass die Landwirte auch teilflächenspezifisch für ihre eigenen Rapsschläge N-Min-Proben nehmen, sich nicht so stark auf die amtlichen Werte verlassen. Nochmal als Schlussfolgerung, N-Min-Werte ziehen, rechtzeitig beproben, ist ganz wichtig, um den Düngebedarf der Bestände richtig einschätzen zu können. Mein Name ist Alexander Völsch, ich bin Anbauberater des Rappul-Ringes, unter anderem hier in Sachsen-Anhalt. Die Frischmasse-Methode ist vor vielen Jahren entwickelt worden, um herauszufinden, vor allem bei den sehr üppigen Rapsbeständen, wie viel Stickstoff haben diese bereits im Herbst aufgenommen. Ich befinde mich momentan in der Normalsaat. Ich habe auf einem Quadratmeter, ganz einfach mit unserem alten Rappul-Zollstock, der ein Drittel Quadratmeter abbildet, ins Feld gelegt und habe die oberirdische Blattmasse abgeschnitten. Jetzt wird die Frischmasse gewogen und der Wert notiert. Das alles wird dreimal wiederholt, um einen Durchschnittswert zu erzielen. Zielwert ist, dass der Raps im Herbst 50 Kilogramm Stickstoff aufnehmen sollte. Ein Kilogramm Frischmasse sind diese 50 Kilogramm Stickstoff. Dieser Bestand hat jetzt bei der Bestimmung 1,6 Kilo ergeben. Das heißt also, wir können diese 600 Gramm, die er zusätzlich zu diesen einen Kilogramm aufgenommen hat, in die Stickstoffkalkulation mit hineinnehmen. Der Rapsbestand hat insgesamt 80 Kilogramm im Herbst bereits aufgenommen. 50 Kilogramm Stickstoff ist der Sollwert, den ihr aufnehmen sollte. Das heißt also, 30 Kilo sind sozusagen in dem Bestand akkumuliert und hinterlegt worden. Von diesen 30 Kilogramm Stickstoff können 70 Prozent jetzt zur Frühjahrsdingung angerechnet werden und abgezogen werden. Das heißt, 20 Kilogramm Stickstoff können hier in die Kalkulation mit hineingerechnet werden. Um einen exakten Wert durch die Frischmasse-Methode zu erreichen, sollte man sie im Herbst kurz vor Vegetationsende durchführen und dann im Frühjahr vor Vegetationsbeginn nochmal erfolgen. Wer es exakt machen möchte, würde im Herbst zum Vegetationsende eine Grünmassebestimmung durchführen und dann vor Vegetationsbeginn erneut und dann teilt er diesen Wert durch zwei. See you next time. See you next time. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020